Mit dem Auto, was ich auffahre. Aber in einer anderen Farbe. Die langsamere Farbe eigentlich. Aber das ist die Post. Konstantin Brömmelsieg setzt zum Überholmanöver an. Das muss ich sagen. Du kannst das machen. Du kannst es später machen. Wow! Da kam ein Keil von hinten und hat den Wagen vor mir aufgebockt. Ja, das müsste ich gewesen sagen. Ja, ja. Oh, das war fast perfekt. Also ich bin sicher, das war noch ein bisschen zu weit weg. Gerade, weil da waren sicherlich noch drei oder vier Postkarten Abstand. Der ist übrigens vor mir. Ja, der fährt vorne weg. Die beiden Gelben sind vorne. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen hier als BMW-Fahrer, dass ich viel dichter auffahren muss. Aber, weißt du, was das wichtigste ist als BMW-Fahrer? Dass ich schon völlig drin habe. Ich habe keinen Schimmer, wo die Blinkertaste ist. Geht das bei den Autos? Ich glaube nicht. Eigentlich müsste ich mal nachgucken, wo die Lichthupe ist. Oh, Brümmelsieg! Was tut er? Er hat mich rausgeschoben und in der nächsten Gruppe habe ich ihn rausgeschoben. Also je nachdem wer innen war, der wurde gerade mit ihm rausgeschoben. Der Typ dahinter wollte ausweichen. Oh nein, Brümmelsieg schiebt sich heran. Zieht nach Ingen. Zieht nach Ingen. Machst du dein Hawaii-Hemd an? Ja, ich bin nicht der. Ferrari-Harle und den Schnurrbaden. Und den Schnurrbaden. Natürlich. Er hat mich tatsächlich ein bisschen dabei. Ich habe den Anzug, den ich hier raus anhanden. Das wäre noch was. Extra Fahrermodel für den Ferrari. Ministre-Wee-its. Whoops... ... ... ... ... ... Nicht verschaltet. Aber meine beste Zeit bis jetzt. 13 Sekunden besser. Ich meine letzte Zeit auch von... Ali. Ui, das war ein bisschen hart getriptet. Der Quitto kommt direkt von hinten. Oh! Der hat abgebrochen. Der wollte mich überholen. Aber er hat nicht vorbeigelassen. Das ist ja nett. Er hat seltsam abgebrochen. Er war an mir vorbei. Hat dann rüber gezogen. Er hat dann rüber gezogen. Und dann... ...abgebrochen. Indem er mich ausgebremst hat. Als er vor mir war. Ich bin der BMW Fahrer. Ich sollte solche Sachen machen. Oh! Hat er etwas früher reingezogen, als ich dachte. Fährst du den Mustang, oder? Nein. Ich fahre einen BMW. Achso, stimmt ja. Er könnte auch was für dich sein. Ja, deine Rücklichter funktionieren auch noch. Bin links. Sehr glatt. Ich habe ein bisschen Platz gelassen. Bisschen hinter mir. Das war ein bisschen zu wenig. Oder spät gebremst. Ich bin da auch gefolgt. Hätte genau das gleiche Problem. Ah, Kies. Nein, er hat mich gerammt. Ah, ich habe sie noch im Rückspiegel. Und die nächste KI rammt mich. Und ich liege auf dem Dach. Und ich war noch nicht mal auf der Ideallinie. Ah, Brömmelsieg. Fuck. Fucking KI. Kann doch nicht wahr sein. Kommt ihr einmal in Reichweite, schießt er mich ab. Bist du wieder dran? Öh, ich sehe die in der nächsten Kurve ganz weit entfernt. Jetzt kann ich den Namen langsam lesen. Hier stehen hier alle. Hehe, Stau. Also, kam im Radio hier vorne ist alles gut. Ich glaube, ein paar kriege ich auf der Gegend gerade. Ja, ja, ja. Den letzten habe ich gleich wieder. Ich stupe da mal rein. Ich schaue die limits. Ich schaue mich. Echt. Zu spüren. Vielen Dank. Ist sie sicher, dass die KI die dann bekommt? Ich sollte ihm hinter mir was brechen. Er kommt zu nah. Ah. Das Key ist schlecht. Amen. Letzte Runde. Der nächste fährt mehr rein, aber es wird nichts passiert. Jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich mich selbst ausgeprägt. Ja, und wieder letzter. Wenn du das gewonnen hast, musst du es nehmen. Bist du so schnell wie du kannst! 13 hatte leider pech die letzten drei runden auch wieder nur irgendwie gefühlt 60 fps höllte platz machen bis über die linie ja okay die nummer 13 hatte leider pech was wir wirklich die pechzahl der gerade sich rammt den habe ich auch rausgeklebt letzte runde ausgestuckert und Oh, dann nehme ich mal den anderen.